Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge auf den Marsch, heute Samstag, zweite Folge, habe ich mal ganz kurzfristig heute beschlossen, Aufnahmetag, Freitag am 14. Abends um halb 8. Das heißt jetzt werden wir losfahren und LKF gehoben mit Anhänger, den wir vorher noch leer machen müssen und dann werden wir hier pflügen. Nebenbei düngt dann noch hier auf Feld 2 unser Mais, das sieht gut aus. Gras mähen werden wir noch heute, sobald Stufe 3 gewachsen ist und Heu machen. Wir haben noch viel vor, heute noch und morgen 2 vor. Sollte der Mais fast dann verschwunden sein. Haben wir genug Arbeit. So, mal ganz kurz aufkippen. Eine kleine Menge Japs, die können man eher noch Dings verkaufen. Müsste Hirse gewesen sein. Aus damit. So, wir gehen losfahren. Hier ist er 70%. Ja, doch Hirse. Da lag ich doch richtig. Weiß jetzt fand ich, wer sowas ist, ich nicht. Jetzt kann ich nicht gleich Fenster machen. Wir sind draußen miteinander ein bisschen kühler. Auf 29 Grad. Ich habe das Problem, ich habe eine Westterrasse. Das heißt, die heizt sich voll auf. Ob hier der ganze Boden mit den Betonplatten, das heißt, man kann da nicht drüber laufen. So, mal ein bisschen beeilen. Also Rund arbeitet ja am besten. Das ist mal Fakt. Wie gesagt, hier müssen wir vielleicht nicht flügen. Wir werden viel flügen müssen. Das ist mal Fakt. Wie gesagt, hier müssen wir machen. Aber das macht er gut. Er geht zurück und schlägt nach rechts aus und kommt mir besser ran und ausleeren. So, bin da. Jetzt mal habe ich die Zeit gedrückt. Wir werden vergesslich in der Beziehung. So. auf. So. Stehen lassen. Ja. So. funktioniert so nachdenken da ist ja noch der traktor die erste richtig laufen weil die wahrscheinlich mehr abgewöhnen müssen der traktor zu nehmen nehmen wir den großen flug mit flugfunktionen, kommen wir mal mit flugfunktionen dann glaube ich solange der traktor 40% reicht noch hier so 29-30% werden wir noch ganz kurz aber die Dünger ist auch mal unterwegs klappen wir hier aus aber für diesen flug brauche ich einen großen so gerät normalerweise ja im flug wenn ich mit 19 km fahre aber der macht das wir haben keine Funktion so in der Felder erstellen wir haben keine Funktion so in der Felder erstellen ganz gut so und wäre da gezwungenermaßen zu zu weit Richtung Wasser ich habe mich noch nicht entdecken was ich hier reinbringen werde ich habe mich noch nicht entdecken was ich hier reinbringen werde keine Ahnung keine Ahnung Die Bewohner werden sich freuen, Stall vor der Haustür, so viel fliegen. So, eigentlich, ja, ein Laden werden. Einmal ein Laden, ne? Und der ist fast fertig. Gut. So. Komme, komme. Mal aus an sich gehen, da sehen wir los ist. Hier muss auch gepflückt werden und garantiert auch gekalkt werden. Die werden vielleicht kalken. Wenn wir müssen, wenn wir nicht müssen, dann müssen wir halt nicht, ne? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir noch Mais reinbringen werden. Weil wir brauchen nämlich viel Mais. Wir brauchen Mais für die BGH. Wir brauchen Mais für die Pärbelnagel. Ich drohe, wenn wir den Ballen pressen oder machen wir das lose. Silo rein. Auch gut zu platt sein. So. So. Fast leer. Leer ist leer. Fleißig, fleißig. So. See. Hier werden wir Felder erstellen. Flug heben. Set. Das Felder erstellen heißt, dass die Wiese jetzt hier wegkommt. Wir müssen hier ein bisschen aufpassen, wenn wir über die Straße fliegen. Wenn wir über die Straße fliegen, dann wächst da auch was. Sieht hier so schön aus. Die Führer arbeiten. Und dann wieder tun. Die Führer arbeiten. Und dann wieder tun. Das sieht mal ganz gut aus. Fahren wir wieder alles rüber. Mal sehen. Und stopp. Dann nehmen wir Z wieder raus. V. Und zurück. Und dann nehmen wir die. So. So. Dann nehmen wir die. Der Dünger ist fertig. Das ist gut. Haben wir noch was zu dünken? Aktuell nicht. Haben wir jetzt Kalk rein, ist das doof? Oder was der jetzt? MikroBett. Das ist kein Kalk. Gut. Aber hier? Na gut, ok. Verlassen und naja, bleibt zurückfahren. L1 plus R2, das ist ja viel zu kompliziert. Hupen. O2. Abkoppeln. Aha. Was ist hier? Lenkrad. Niki hat einen vollen Tank. Da muss der auch noch hin. Hupen. 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 an am Ende. So, Zeit, wie man sieht, läuft die Zeit ab. Dann haben wir einen Erfolg zu tun mit Gras, und zwar Gras, Heu, Heu, Heu. Brauchen nämlich viel Heu. Jetzt werden wir aber noch hier das Stroh einsammeln. Ein Sammelwagen. Die Deckel abschließend. So, liebe Freunde, das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, über ein Like. Ganz gerne mal ein Abo. Natürlich auch ein Wiedersehen. Für morgen. Sonntag. Sei mal schüß und winke, winke. Tschau, tschau. Rot. Wiedergeladen werden. Achso, ja.